Jahrzehntelang war er nur der Thronfolger. Mit 73 Jahren ist Charles nun der älteste Neumonarch in der britischen Geschichte. Und einen zweiten Rekord darf der neue König auch für sich beanspruchen, denn er ist bis dato der längste Thronfolger im britischen Königreich. Gerade einmal drei Jahre war Charles alt, als seine Mutter Elisabeth II. den Thron bestieg. Nach 70 Jahren als Thronfolger muss sich Charles III. nun also in der neuen Rolle als König zurechtfinden. Ganz so schwer sollte ihm das aber nicht fallen, hatte er sich doch zuletzt vermehrt um die königlichen Geschäfte gekümmert, um seine Mutter, die Queen, zu entlasten. Viel schwerer wird es allerdings sein, sich beim britischen Volk ein neues Image als ehrwürdiger König aufzubauen. Jahrzehntelang waren alle Augen auf den Thronfolger gerichtet und vor allem seine missglückte Ehe mit Everybody's Darling Diana Spencer waren Charles Reputation bei den Briten nicht zuträglich. Viele erhofften sich sogar, Charles würde nie König werden, sondern direkt an seinen Sohn Prinz William übergeben. Doch zurück zum Anfang. Am 14. November 1948 wird Charles im Buckingham Palast geboren. Er ist ein in sich gekehrtes Kind und interessiert sich eher für Lesen und Malen als für wildes Herumtoben. Als hypersensibel und krankhaft schüchtern beschreibt ihn seine damalige Gouvernante. Mit 13 Jahren wird Charles nach Schottland ins Internat geschickt. Eine Zeit, an die er sich nur ungern zurückerinnert. Danach studiert er in Cambridge Archäologie und Anthropologie und macht im Jahr 1970 als erster Thronfolger der Geschichte einen Universitätsabschluss. In der Liebe hat Charles weniger Erfolg. Seine große Liebe Camilla wird bei Hofe nicht als Heiratskandidatin für einen angehenden König akzeptiert. Während Charles einen achtmonatigen Einsatz bei der Royal Navy in der Karibik verbringt, heiratet Camilla einen anderen. Ein harter Schlag für den Prinzen. Im Februar 1981 – Charles ist da bereits 32 Jahre alt – wird die Verlobung mit der erst 19-jährigen Lady Diana Spencer öffentlich gemacht. Weltweit bricht ein regelrechter Hype um die liebliche Diana und den Prinzen aus. Die Traumhochzeit in der St. Paul's Cathedral lockt Millionen von Menschen vor die TV-Geräte. Die Geburt der beiden Söhne William und Harry in den Jahren 1982 und 1984 macht das royale Familienglück komplett. Doch schon bald ziehen dunkle Wolken auf. Prinzessin Diana wird später sagen, sie hätte eine Ehe zu dritt geführt. Gemeint ist er mit Camilla, die Charles nie wirklich vergessen konnte und mit der er eine Affäre hat. 1996 lassen sich Charles und Diana schließlich scheiden. Als Diana nur ein Jahr darauf tödlich verunglückt, fallen Charles' Beliebtheitswerte in den Keller. Ganz getreu dem Motto, tiefer können die Beliebtheitswerte kaum sinken, finden Prinz Charles und Camilla schließlich wieder zusammen und verkünden 2005 ihre Verlobung. Noch im selben Jahr wird geheiratet. In den vergangenen 20 Jahren konnte sich Charles mit Camilla an seiner Seite wieder einiges an Vertrauen bei dem britischen Volk erarbeiten. Er gilt als liebenswerter Eigenbrötler, der bei öffentlichen Auftritten durchaus mit britisch-kauzigem Humor punktet. Den Querelen rund um seinen jüngsten Sohn Harry und dessen royalem Ausstieg versucht Charles mit königlicher Kontenanz zu begegnen. Außerdem setzt er sich seit Jahren unermüdlich für Umweltschutz und Biolandwirtschaft ein. Und auch wenn sie in den Köpfen vieler Briten wohl für immer die andere Frau bleiben wird, hat auch Camilla allen Unkenrufen zum Trotz ihren Platz in der Monarchie gefunden. Auf den ausdrücklichen Wunsch von Queen Elizabeth II trägt sie sogar den Titel Queen Consort und gilt damit als anerkannte Königsgemahlin von König Charles III. 2. 4. 4. 5. 5. 6. 7. 9.